Klar haben sie uns. We are Airborne and Enron! Na dann. Flucht! Das war halb lang. Ui! Sie bewegen sich ja eigentlich hauptsächlich nur auf Sträßen, von daher oh fuck. Ist es ja gar nicht so schlimm. Schneller raus aus dem Blickfeld. Waaah wir sind am Rand. Ich hab euch das bedurft es so einen Hunker aufzuverstecken aber ich glaub das ist nicht so gut. Scheiße kommt uns immer entgegen. Zwischendrinnendurch. Zerstörten Landebahn ist keine Sau. Okay, der scheiß Helikopter kommt. Wir müssen doch bald mal hingekriegt haben, ey, gibt's doch gar nicht, wie lange sind die an uns dran. Wir müssen doch bald mal hingekriegt. Wir müssen doch bald mal hingekriegt. Wir müssen doch bald mal hingekriegt. Also, wir müssen doch bald mal hingekriegt. Sie haben eine Kamera in der woanders? Der Begelebt hat kleine Vizier. Wir müssen doch bald hinbekommen. Hey, ja, nur ein bisschen drüber. Sie suchen schon, aber diesmal nicht, die Jungs. Ui, kommen zwei Polizeiwagen direkt auf uns zugefahren. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Wie finden die einen denn hier? Du wirst zufrieden! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Es sind 5.0.5 gegen die National Airport. Ich kann mal sehen, ob ich da außen rumkomme. Ich habe es nicht so richtig verstanden, wie ich hier die Bullen abhänge am besten. Ich dachte immer, mit aus dem Sichtfeld bleiben. Klappt ja aber offensichtlich nicht so gut. Erbrottern einfach nur mehr quer auf dem Flughafen, weit von denen weg. Mit der Hoffnung, es bringt irgendwas. Wir sehen uns ruhig, was ich machen soll. Hier ist ein Müllwagen. Wir können ja auch mal das Auto wechseln. Noch meins finden werden, was sich eignet. Das ist ein Müllwagen. Wenn ich bis jetzt hinter als bestes versteckter Welt zählt und die mich hier finden, dann raste ich das toll aus. Ach komm Quatsch ey. Ich habe das verarschlich doch. Ich habe das verarschlich. ein nr vielleicht loxy hat da dran das schon auf dem flughaufen war der helikopter durfte uns ja nicht sehen und die autos von da drüben eigentlich tatsächlich funktioniert mal toll u-bahn geben uns später auf Taxi! Ich kriege doch übelst schnell zwei Sterne hier. Ein Parkhaus verstecken? Funktioniert das? Tatsache! 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 Willkommen zur Flugzeuge. Mein Name ist Jackson, mit einem J. Okay, dein Ernst. Übungsstadt. Landung auf der Rollbahn. Ja komm, quatsch doch, kein Ohrweg, ey, wir landen halt. Die Flugzeuge. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air. But be careful not to stall the engines. Why? Klapp dran mit ausgeschalten und schalten mit Doh ganz gut. Erektive. Executed like a pro. Now, let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. That was an excellent landing, very well done. hmm walking gold machen wir noch mal